Nacht Kellnerin Kleidung Käse Welchen Badeanzug möchtest du kaufen? Ich mag diesen Hut. Ja, der Badeanzug ist klein, er ist für meine Maus. Welchen Badeanzug magst du? Welchen Badeanzug magst du? Der Badeanzug ist hässlich, aber er kostet nur 3 Euro. Welchen Badeanzug willst du kaufen? Welchen Badeanzug willst du kaufen? Der Badeanzug ist hässlich, aber er kostet nur 3 Euro. Die Kleidung ist gut für einen Urlaub im Sommer. Die Kleidung ist gut für einen Urlaub im Sommer. Der Badeanzug ist gut für einen Urlaub im Sommer. Kaufst du Deine Kleidung Im Kaufhaus Der Badeanzug ist billig, er kostet nur 10 Euro Wer? Er Zahlst du wirklich 100 Euro für diesen Hut? Du musst auf jeden Fall diesen Hut kaufen Kaufen Ihr Reis nach Mallorca Kauft Deine Frau Einen Hut Du musst auf Jeden Fall Diesen Hut Welchen Badeanzug Magst du Passt deine Kleidung noch oder gehst du ins Kaufhaus? Passt deine Kleidung noch oder gehst du ins Kaufhaus? du du musst auf jeden Hut diesen Hut Fall diesen Hut kaufen du du hast